Hallo und seit wir haben zurück zu einer neuen Folge von Zero-Kaliber BÄMNICKER Zu zweit Zu zweit Äh Klick, klack, klack Schäpper Schäpper klein Schäpper, ja Ach, die Waffe habe ich auch dabei Gut Das ist mein Ei Wenn du es nicht siehst Oh Wow Der wollte dich abknallen Komm wieder läuft Komm wieder auf den Ausdruck, komm Manu Falsche Richtung Das geht gar nicht So gut Nee Weil wo du hinguckst läuft, wenn ich jetzt hin und her gucke Oh Gott ist das eklig Ey du sag mal Sag mal Ey 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 Findest du? Ich bin nervös Nö nö EAAAA Ich möchte nicht mit dir Wow Guck dir das an Die sind halt geflogen zu mir Ach so hast du aufgefangen Her damit, ich brauche ne Och so Ich ne Äh, nimm Hier Bitte schön Hier bitte schön, nimm die Na nimm sie ruhig in die Hand, ist-ist ok Na Na, ja, hier, nimm, schnell, bevor es hier weitergeht. Nimm kurz, nimm, nein, du sollt, Mane, komm mal her, komm mal wieder her. Nimm mal, nimm mal beide Waffen in die Hand von dir. Trotzdem, nimm mal trotzdem beide, so, ich geb dir die, nimm die in die Hand. So, ich geb dir die jetzt, okay? Hihi, da war ein Schalli, Mane. Okay, ach so. So, komm, ich mach den jetzt ab, während die Waffe hochfliegt, okay? So, so. Wir machen hier gerade wichtige Sachen. Hey, w-w-w-w-w-warte. Was? Was denn? Wo ist mein... Was denn? Sieht der cool aus. Wo ist mein Dings? Mein Laser? Der war hier dran? Oh. Oh, Mann, oh. Das ist hier aber irgendeine Waffe abbauen, die sie vielleicht dran hat. Die haben mein Laser geklaut. Fuuuuck. Fuuuck, fuck, 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 fuck. Ich bin tot. Help me! Help me! I am... Hier. Hilfe mir, Manu! Ich kann die Waffe nicht mit der anderen Hand nehmen, was soll das? Manu, helf mir, hinterm Auto stehe ich. Ja, ein bisschen, äh, am Arsch. Ich? Ja. Ja. Siehst du mich eigentlich, wenn ich die Hände hochwache? Ich kann da... Be... Los, befummel mich! Befummel mich! Drück mir auf die Tittchen! Wuii! Oh, da ist eine Wand. Oh, da ist die Ecke, ich glaub... Hat er schon mit seinen Waffen fallen lassen. Achso, ich nicht, ne. Achso, ne, doch. Ja, die ist liegen geblieben, weil du die vorher in der Hand hatte. Jetzt hab ich die hoch. So! Ah, warte mal, hier ist Licht dran. Oh, Junge, das ist das! Geht doch. Oh, ne, hier ist das Mikrovisier. Cool! Hier gibt's sogar richtig mit Licht! Okay, das ist noch geiler, aber ich brauch mein Laser. Warte mal! Okay, bleib mal unten. Hast du ein Laser erfunden? Ne, ne. Ich hab ne Belohnung, okay. Hä? Ich... Alter... Ich will nur, dass du den Griff haben. Ja, das, das... Keine Ahnung, das hab ich auch mal gehabt. Der Griff, den... Musst du mit irgendeinem anderen Griff abhauen, denn... Pfff, wenn du irgendwie den findest. So, ich brauch immer noch einen Laser. Ne, ich hab hier jetzt die Taschenlampe dran. Oh, hier ist ne Kiste. Na, da hab ich schon noch mal eine Pistole. Alter, jetzt komm! Hast du einen Laser? Da hast du einen Laser dran? Ah, ne, Taschenlasen, ne? Nein, Taschen... Wie die F... Alter, Junge, der eine nervt. So derbe? Ja, ja, die... Manche laufen die ganze Zeit durch. Ich guck mal, ob hier oben noch irgendwas rumliegt. Aber wir müssen sogar hier, oder? So kann ich jetzt auch meine Waffen nicht aufheben. Alter, Leute, ey! Der stirbt nicht mal von meinen Schüssen. Ja, weil ich Friendly Fire off hab, ne? Oh, sind die nervig, die... Die, 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 die... Gut. Die da. Die da, die da. Alter, Schwede. Oh, man hält hier so aus Dachekontern und dicke Browning. Wozu hält der jetzt fest? Nein? Ja, von mir aus lade ich jetzt nach. Ich will nicht nochmal nachladen. Einmal nachladen reicht. Ich will... Alter, der Spiel ist ja verb... Bug da, ist verbuggt. Grad. Oh, lass doch los. Oh, komm. Oh, also heute ist das Spiel echt... Verpackt. Ich kann jetzt nicht mal mehr die Lampe abmachen. Oh. Naja, gut. Soll ich dir helfen? Äh. Okay. Guck mal kurz runter. Okay. Wo ist denn hier eigentlich... Wo ist denn hier in die Richtung? Guck mal unter der Treppe. Ja, ich weiß. Ein Typ. Warum? Keine Ahnung. Du, ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Fang! Dieser Beprall! Wow, ich hab unseren Typen weggekickt, weil ich gegengelaufen bin. Wow. Hier! Er hat's ja! Okay, er hat, glaube ich, kein Interesse. Ich hab's ja! Nee! Ach ja! Es geht weiter. Gut. Ja, wie dem auch sei. Ich muss hier nochmal rumgucken. Okay, hier sind... Okay, hier sind... Na, wo ist hier der Fahnenkreuz? Da! Und dass der Rückstoß von der Chris noch nicht zurückgemacht wurde. Dass man die auch nicht mehr mit einer Hand halten kann. Wurde noch nicht, oder was? Nö. Kannst immer noch schön mit einer Hand, so muss das. Alter, wer trifft mich denn da so? Zählst du Killer im Haul? So. Naja. Schießt du eigentlich überhaupt? Ich jetzt ja. Ja, ich versuche doch hier immer noch alles Mögliche zu schaffen. Der hat einen Laser, der hat einen grünen Laser. Er hat einen grünen Laser. Okay. Waffe aufs Dings. Oh nein, ne. Doch. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Nein. Hey, komm her. Oh, ich hab einen grünen Laser. So. So. Auch wenn's jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir haben's doch geschafft. Den grünen Laser bei mir. Einzuplant. Ich hab alle... Ich hab alle eh killed. In der Zeit hab ich einen Laser gewechselt. Hey, komm. Naja. Wissen kann man die M4 jetzt spielen? Gut. Die M4 kann man auch spielen? Oh Gott ey. Wow. Guck dir mal das an. Wow. Wir hätten das genutzt. Irgendein NPC. Zeig mal. Okay. Okay. Oh. 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 Huh. Weg. Hä? Das tut uns ja gerade aus wie ein anderes Tannenbo ... Was. Das ist meine. Was ist das? Nächster, ich hab instant roten Laser-iPhone. Komm mal her. Gebe her. Gebe her. Du nutter. Das tut weh. Das weißt du ganz genau. Und außerdem ist das Magazin von dir, was du mir gegeben hast, leer. Hihihi. Oh Gott. Oh, das war zu schnell hin- und herguck. Alter, irgendwie sitzt die Brille heute besonders Ski. Jo. Oh. Oh mein Gott. Rrrr. Hui. So. Na dann. Hey, nicht so schnell. Wir wollten entspannt gehen. Mist. Letzter Schuss ging nicht. Mist. Während des Nachlarnens ist das schwerer. So. Hui. 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 Wow. Ah. 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 Oh, map hier. So. so hast du den griff von anderen abbekommen was nein griff habe ich nicht das ging mal am anfang da brauchst du vorher nur die komische eh ne runde taste drücken und dann halt mal fest das haben sie ja geändert hier oh gar kein erweitertes magazin ich packe dir mal ein erweitertes magazin ne irgendwie das ist gefährlich keine ahnung tschak tschak oh anschlag wie war das Ne, erstmal so Ich geh hoch Okay Okay, Alter, wir sind doch keine zwölf mehr, Junge Achso, darum haben wir auch echte Waffen, stimmt Mein Näschen juckt Sein Näschen juckt Er geht zur Ruhe, schließe beide Tampons zu Da ist noch einer Happy Von links und von rechts Wow, die Ölfässer laufen aus Ich bin tot Hab's mitgekriegt Komm her Ich bin tot Alter, ich kann nicht mehr schießen Weil ich instant tot bin Mann Du schießt immer noch im Weg Komm auch von hinter Ich bin schon wieder tot Ja Hä? Wo war ich unten? Alter, hab ich das Kabel Ich bin tot Help me, schnell Oh, da Hinter dir Jetzt hab ich zwei Bitches Ich bin schon wieder tot Fuck Bei dir sind so viele Mach am Checkpoint Ich bin tot Ich bin tot Alter Schwede Ja, weil unsere ganzen Viecher tot sind Weil du mal so lange brauchst Jetzt werden die sowieso befallert Ich hab alles, was ich wollte Ich hab alles, was ich wollte Alter, ich Wollte mich im Arsch Das gibt's ja nicht Scheiße, äh Halt Halt Okay, die sind weg Verdammt Verdammt, verdammt Wo ist meine Pistole? Mit dem Erbräuchter-Magazin Ja, wenn nicht kriegst du von mir Ich hab jetzt zwei dabei Ich kann mir sowieso die Anseite holen Außen links Ja, dann geh mal her Gut Genau, hier ist der Laser dran Jetzt hab ich hier nen roten unten Einen roten Achso, nee, Quatsch, weil da Gut So Was haben wir freigeschaltet? An Fogelgrip? Ich hab die, äh, äh SVD freischaltet Ich hab das Gefühl, dass das Von der Chris Äh, die Die Sandversion Diese Sandfarben Da hab der hier Oh, da ist wieder die rote P90 Ja, die hab ich hingeschmissen Boah, die hab ich ja schon Nice Gut Ich kann so auf, äh, Next Startlevel, ne? Also nächstes Okay, Moment, Moment Erstmal zurück Vielen Dank fürs Zuschauen Abo nehm mich Gebt da nach oben Schreibt den Kommentar Ob ich dir das Video gefallen hat Tschüss Ich beende dann mal jetzt die Folge No No